Jetzt freue ich mich sehr auf unseren Talkgast, der sich quasi jetzt warm geredet hat, der eben noch gesagt hat, die Torte nimmt er mit. Natürlich kann er die Torte mitnehmen, denn sie ist ja auch für ihn immer noch zu seinem 70. Geburtstag. Das ist die CD, ich hatte sie gerne noch in meine Kamera. Latest Hits von einem echten, von einem Original. Hier ist für Sie Rolf Zacher! Mein Koffer steht noch immer auf der Treppe. Ich weiß nicht, ob ich komme oder gehe. Kein Denken bis zur nächsten Zigarette. Pinkel in Gedanken in den Schnee. Ich bin seit Wochen ziemlich drüber. Viel zu wenig Schlaf und unrasiert. Ich starre schon seit Stunden auf mein Telefon. Die letzten Tage einfach ausradiert. Ich nehme an, du bist bei deiner Mutter Im warmen und am feistgedeckten Tisch Und ich warte, warte auf nichts Ich glaube, ich gehe nach Anatolien Ich glaube, ich gehe nach Anatolien Und hau mir da ein Ei über den Kopf Was ich gesehen hab, musst du erst mal fressen Betrogen um den allerletzten Knopf Ich war damals so scharf auf deine Schwester Mit der hat es wahrscheinlich funktioniert Die wohnt, die wohnt jetzt, glaub ich, irgendwo bei Düsseldorf Verheiratet, ein Kind und promoviert Ich nehme an, du bist bei deiner Mutter Im warmen und am feistgedeckten Tisch Und ich warte, warte auf nichts Ja Ja Die wohnt, die wohnt jetzt, glaub ich, irgendwo bei Düsseldorf Das war großartig